Guten Tag, hier spricht Frau Beiersdorf und ich hatte letztens eine ganz schäbige Krankheit. Bei mir kam Kot aus der Scheide. Am letzten Donntag war ich superblau, ich unterhielt mich mit einer geilen Frau. Ich merkte schnell die alte Willverkehr, vom Alkohol war meine Zunge schwer. Sie sagte mir, wir gehen jetzt ins Hotel, in meinem Kopf dreht sich ein Karuzell. Ich erinnere heute, es wäre der Stichmissling, der weiß nur, hör auf zu singen. Als sie sich im Zimmer ausgezogen hatte, bekam ich sofort eine Riesenlatte. Was ich da sah, werde ich nie vergessen. Ihr Anblick machte mich richtig besessen. Sie sind Wäsche wie ein wildes Bier, ich sah zu scheiß und voll an dir. Riesenzitten wogten über mir und ich vergaß die letzten 30 Bier. Du bekommst jetzt Liebesunterricht, sagte sie, da verzog sich mein Gesicht. Mein Gott, ich konnte mich nicht zusammenreißen, nicht einmal wick ich an zu scheißen. Ich kann den Stuhl schon wieder nicht halten. Nicht halten! Ich kann die Kacke nicht bei mir halten. Er schießt hervor mit aller Ahnung. Ich scheiß aus dem Angeilen Schacht. Es ist anders, heißt sich nicht mehr vorzuschwinden. In Zukunft mag ich wohl besser finden. Mit meiner schwachen und müden Rosente Schaff ich es nie bis zum nächsten Torlente Mein Anus ist nicht mehr, was er mal war Dabei zähl ich doch erst 20 Jahre Sul, du Sul, jetzt kommt der Rost, der Stuhl! Ich kann den Stuhl schon wieder nicht halten Ich kann die Kacke nicht bei mir behalten Er schießt hervor mit aller Wacht Ein Kreis aus dem anderen Schacht